Hallo, Swazika. Heute habe ich Pupo zum Grillen und Gemüse zuerst marinieren. Wir machen jetzt die Occiper mit dem Occiper. Wir machen jetzt die Occiper. Wir machen das mit dem Occiper. Wir machen das mit dem Occiper. Zucchini und Mechel Mechel Gehreuer Salz Oliven Olicano 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 Oliven, 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 Salve, Pfeffel, Makareka, ใส่น้ำมันมะโพกรุ่มไฟร์ Galit ขนบเรานะคะ ซ้ายก็ต้องใส่เยอะค่ะ มันเค็มอยู่แล้ว อันนี้เราต้องไว้แล้วนะคะ แล้วก็เราก็มาหมากแล้วก็ไปย่างค่ะ Pfeffel Condition อันนี้ 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 ซเครื่อง mit Olivenohr, Salz, Pfeffer und losmalen von dem Grill. Kartoffeln und Gemüse sind fertig. Halten und Gemüse sind fertig. Richtig. Bis zum nächsten Mal.